Weil die sind ja schwachsinn Von mir aus bohrt da was hin, das ist mir auch egal Hier haben wir jetzt noch einen Panzer, der kann auch noch mit hier hoch Ich marschiere jetzt ja immer durch, das ist mir egal So, Produktion B Forschung ist da wo, äh, Moment, was war das? Egal, kommt, wenn der macht, nächstes Mal Äh, Börse, Einheit benötigt Befehle Ähm, ja, baut da mal was Und Dann können wir dann noch was bauen Da Und da Nächste Runde Hier haben wir noch Truppen So Und auch da haben wir noch Truppen Aber es heißt, dass ich am Panzer alles hochkomme, das wird unnormal sein Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun mal Panzer Ey, ich hab noch ganz viel mit euch zu tun Beruhigt euch mal, ihr Spasten Na gut Na gut Okay, drauf 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 Sicherer Angriff Sicherer Angriff Sicherer Angriff Das wird irgendwie gar nichts, wenn ich das so mache Ich weiß noch nicht warum Aber Das bringt rein gar nichts Und noch ein Angriffsflug fliegen Fernangriff Dann haben wir auch noch mal einen Panzer Mit der hier rüber Genau, dann können wir nämlich da hin Und kann auch mal angreifen Aha So, Produktion wählen Und das nächste Runde haben wir das Ding eingenommen Produktion wählen Medizinisch Labor Produktion wählen Was ist denn das hier, ey Das kann doch heute gar nicht sein Was Krankenhaus Eine Einheit wird befördert Hier ist es sowieso totales Chaos, was die Dings angeht Einheit benötigt Befehle Ich hab das Spiel wird einfach überlastet, weil zu viele Truppen momentan sich bewegen Nächste Runde Attacke Wie konnte ich jetzt hier angreifen, warum auch immer Die sind mir eigentlich rechtlich wenig Nächste Runde Sooo Lalalalalala Lalalalalala Aber die können ja ruhig mal da draufkloppen Was kannst du spielige Angriff nehmen? Ja ich hab mir jetzt das Ding Edinburgh Hey, ich hab doch nix hier So So, das da So, die hier hin Ui Ui Entschuldigung Ich hoffe das war jetzt nicht zu laut Sooo Da haben wir keine Einheit verloren Ist aber auch vollkommen egal Produktion wählen Porschung ist aber boah Moment, wir müssen kurz warten Aber auch noch Einheiten Okay, super Produktion wählen Öffentliche Schule Produktion wählen Ebenfalls eine öffentliche Schule Produktion wählen Ebenfalls eine öffentliche Schule Ebenfalls eine öffentliche Schule Und die hier bleiben was weiß ich Eine Einheit befördern Tada Eine Einheit befördern Tada Eine Einheit befördern Tada Eine Einheit befördern Tada Ach ne noch nicht Müsste jetzt eigentlich jetzt runter sein Achso ich darf nochmal Achso Eine Einheit befehle Ähm Das ist ein Schiff Und das Schiff kommt hier runter Ein Bautrupp Der kann hier rüber Und die heilen sich bitte auf Ist auch ein Bautrupp gell Die können hier runter Und der Panzer hier kann Nachher drüben erstmal geschickt werden Und der Kann hier rüber geschickt werden Dauert ja noch 3 Runden Einheit benötigt Befehle Der wird erstmal äh Der wird erstmal äh In Schlafmodus versetzt In Edinburgh die ziehen sich dann Und zurück in die Stadt Und nächste Runde Hier kann man noch ein bisschen davon bauen Nächste Runde Ja Koala Lampur hat natürlich nicht so eine Verteidigung Wie das andere gerade hatte Die haben wir jetzt zwar einige Obwohl das Das hat zwei Ist doppelt so hohes Level Wie die Stadt nicht gerade eingenommen hat Aber nicht so eine Verteidigung Na gut warum auch nicht So abfangen Stadt Stadt Nachricht Schließen Äh Tada So mal schauen Fangen wir damit an Machen wir damit weiter 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 Und dieն Und die weg Machen wir hier hin Machen wir immer angreifen Stadt Annexion, das ging schnell, so, aufhielen, aufhielen, äh, Bautrupp, der kann hier hin erst mal, die können hier was bauen, du kannst jetzt so bleiben, äh, ihr könnt da rüber gehen, dann noch mal hier was bauen, äh, ihr könnt euch jetzt mal aufhielen, Produktion wählen, irgendwas, nächste Runde, äh, ja, die können hier noch Straßenbahn bauen, Eisenbahn, Straßenbahn, Zug, irgendwas, alter, hier guckt ihr es mal an, Frieden, Frieden, Krieg, 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 Warum auch nicht? Unterhaltungs-Elektronik folgt einem Grundgesetz, sie wird immer leistungsstärker und zugleich immer billiger. Äh, wirklich die Ausbildung der mechanischen Infanterie, einer schnellen Basiseinheit, die keine Ressourcen benötigt. Yeah, ein großer Ingenieur, Ingenieur wurde geboren, äh, ähm, Produktion wählen, Forschung wählen, einer benötigt Befehle, bereithalten, äh, was ist hier? Kann der eventuell in Golden Saturday einleiten oder Produktion beschleunigt ist es sich sowieso das Ding, können wir jetzt mal hier reinhauen, eine Runde nicht zulassen, so, hier könnt ihr jetzt mal hier rüber machen, und da noch was bauen, ihr könnt euch in die Stadt zurückziehen, äh, verteidigen, und nächste Runde. Äh, das sind Panzer, gell? Einheit benötigt Befehle, das sind Panzer. So, hier war das Eisenbahnbauen, da noch Eisenbahnbauen, auch hier haben wir Panzer. Bereitschaft, nächste Runde. Nächste Runde. So. Wir haben wieder 3400 Gold, also wahrscheinlich jetzt sogar 37. Äh, kurz vor, ne, wir können sogar schon, super, Politiker entführen, hey. Menge des Reiches. Jupp, das ist sehr gut. Flupp, 54, hey. Alter, das ist jetzt echt heftig gewesen. So, weil ich hab ja überall Gerichtsgebäude stehen. Äh, ja, hier könnt ihr weiterbauen, äh, ihr könnt in die Stadt euch reinziehen. Ihr bleibt da bis zur Heilung. Ihr geht mal hier rüber, und repariert. Äh, goldene Seller, der Beginn. Ähm, nein, du wartest mal noch. Einheit benötigt Befehle. Und überspringen. Ähm, die machen dann mal sich auf den Weg hier rüber. Einheit benötigt Befehle. So. Einheit benötigt Befehle. Einheit benötigt Befehle. Nächste Runde. Super, haben wir's geschafft. Ihr baut da drüben eine Eisenbahn. Oh, ein bisschen chill da hinsetzen hier. Ah, ich muss ja eigentlich nichts mit der Hand drücken, außer die Maus. Nächste Runde. Äh. Gibt es 10 Runden Zeit zur Vorbereitung mit Katharina. Tut uns leider, da haben wir kein Interesse. Ja, das stirbt mich aber wirklich wenig. Du kannst dich mit der Katharina gerne anlegen. Dann macht ihr euch halt gegenseitig platt, und ich kümmere mich hier drüber in der Zeit. Und das Wichtigere. So. So. So, ich will um die Vorherrschaft. So, in Undergast. Äh, Produktion wählen. Medizinisches Labor. So. So, ich will medizinisches Labor. Produktion wählen. Medizinisches Labor. Produktion wählen. Medizinisches Labor. Medizinische... Nee, kann man nicht. Äh. Ja, dann halt Panzer. Äh. Komm weg damit. So. Fertig. Produktion wählen. Forschungslabor. Produktion wählen. Moment. Einer benötigt Befehle. Tada. Nächste Runde. Okay. Hier sind drei Startstarten und auch drei. Ach komm wir mal stehen einfach rein. Ach, wir haben noch Frieden mit dem. Alles klar. Nächste Runde. Diplomatie. Ja, ich hab einen ganz... Stadtstaaten die noch übrig sind. Äh. Äh. Ja. Von mir aus. Diplomatie Übersicht. Handel. Ich würde dir nuschen. Gesprächen. I. Okay. Handel. I. Ich hätte gern... Was habt ihr denn? Wir stehen. Wir tun uns immer wieder. Dägen. Wir tun uns. Wir tun uns. H căgen wir uns. Wir tun uns. Ich glaube wir das immer wieder. Ach lol, ich hab dir jetzt 50 Gold pro Runde gegeben, oder was? I? Ähm I? 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 Oh, ich mach das wieder rückgängig! Oh, es ist du! Nein, Moment, ich will der Carolina kein Gold geben! Was du brauchst? die schutz okay ich hab dir anscheinend jetzt gold pro runde gegeben das ist gar nicht gut wie mache ich das rückgängig naja ok dann halt gebe ich gebe hier gold pro runde warum auch nicht habe ja sonst nichts besseres zu tun produktion wählen tempel